In jedem von uns steckt etwas, das wirksamer und stärker ist als jede Droge. Es heißt, der Wille zu überleben. Was bedeutet es für Sie, Rennen zu fahren? Ich liebe es einfach, Rad zu fahren. Nicht länger gebunden an die Erde hatten wir nun gelernt zu fliegen. Er ist ein komplett neuer Mensch. Er hat den Krebs besiegt. Und ist jetzt der verdammte Superman. Warum interessiert dich das so sehr? Warum interessiert euch das so wenig? Er siegt und siegt und er feiert, er trifft den Präsidenten, er findet mehr Sponsoren, mehr Geld, mehr Ruhm. Der Mann ist ein Betrüger. Kein Sportler auf der Welt wurde so oft kontrolliert wie ich. Ich wurde dabei noch nie positiv auf leistungsfördernde Substanzen getestet. Er macht aus eurem kleinen europäischen Sport eine bedeutende Weltmarke. Wenn er bei den Rennen betrügt, dann betrügt er auch uns. Niemand wird mich aufhalten. Wir sind alle Teil des Programms. Das habe ich nicht unterschrieben. Er wird jeden fertig machen, der aus der Reihe tanzt. Ich habe das Geld und die Macht, um dich zu vernichten. Ich wurde noch nie positiv auf leistungsfördernde Substanzen getestet. Das ist kein Rennen des�usschusses COM. Das ist ein Rennen der Welt. Beim S Extremismus. Vielen Dank.